Willkommen, Freunde, zu einem neuen kleinen Horror-Break. Wir spielen heute Emily Wants to Play. Ich bin heute ein bisschen schreckhaft. Warum kann man denn hier alles anfassen? Das bringt doch gar nichts. Alter. Oh, geil. Hört doch auf. Hört doch mal auf, Leute. Was soll der kackt denn? Und dauernd auftaucht, weil da hinten war ein Tonbandgerät. Mann! So eine Scheiße! Mann! So eine Scheiße! Das kann doch nicht sein. Wie soll das denn funktionieren? Oh, Mann. Willkommen, Freunde, zurück zur zweiten Folge von Emily Wants to Play. Ich dachte mir, ich habe so viel Spaß in der ersten Folge gehabt. Warum kann man denn hier alles anfassen? Das bringt doch gar nichts. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Oh. Oh. Fuck. Ich kann die Uhr jetzt schon nicht mehr hören. Mann! Ich will hier raus. Willkommen, Freunde, zurück zur dritten Folge von Emily Wants to Play. Ah! Oh. Ich glaube, ich soll nicht konzentrieren. Wie war das jetzt? Soll ich die jetzt angucken oder soll ich die nicht angucken? Ah! Oh. Oh. Ey, Leute, es ist unmöglich, sich da nicht zu erschrecken. Es ist unmöglich. Willkommen, Freunde, zur mittlerweile schon vierten Folge von Emily Wants to Play. Und weil ich einfach keinen Bock mehr auf dieses Spiel habe, dachte ich mir, ich lasse jemand anderen spielen. Ja, hey. Und ja, guck mal, hier ist der Curry. Hallo. Guten Tag. Hast du Bock auf das Spiel? Ja, ich bin voll motiviert. Ich freue mich. Ich habe ihm nichts erklärt. Er hat keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich weiß es ja selber noch nicht. Deswegen, er wird jetzt... Keine Ahnung. Jetzt habt ihr gelacht. Was? Oh, das ist nicht gut. 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 Ey. Keine Ahnung. Jetzt habt ihr gelacht. Was? Oh, das ist nicht gut. 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 Ey. Ey, was sollen wir denn machen? Wir können's rückwärts gehen. Du kannst rückwärts gehen. Aber ich bin weiter gekommen. Oh Mann. Was sind das denn für Tonbandgeräte, Mann? Ich weiß es doch auch nicht. Was im Dings da? Jetzt kommt der Typ hier. Gut. Nein, ich hab das Geräusch nicht abgewartet. Willkommen, Freunde, zurück zu einer neuen Folge von Emily Wants to Play. Ich bin total motiviert und... Ja, ich bin einfach total motiviert bei der Sache und... Oh, sorry, ich sollte nicht gegen mein Mikrofon hauen. Ähm, heiße. Fuck! Alter, was war das denn jetzt? Ähm, dann müsste der Clown jetzt auch kommen, das heißt... Oh, wie ein Unfall war das denn? Das kann doch nicht sein, dass beide... Die eine soll man angucken und den darf man nicht angucken. Hä? What the fuck? Kann doch nicht sein! Mann! Ich philosophiere hier gerade über die Toilette, warum der Klodeckel um Himmels Willen nicht zu ist. Wenn da Scharniere dran sind, kann man den zuklappen. Ah! Und dann kommt der Clown. Was hat der Clown? Hat der ein Verhältnis mit Kiki? Warum spawnen die denn gleichzeitig vor mir? Was soll ich denn da machen? Um Himmels Willen. Nein! Ich werde da nicht aggressiv. Ich werde da wütend. Kann doch nicht sein! Nein! Mann! Ah! Ich krieg dieses Spiel einfach nicht auf die Reihe. Das kann doch nicht sein! Ah! Ah! Mann! Okay, ich mach eine Pause! Das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein! Ey, das kann nicht sein, dass die beide gleichzeitig spawnen irgendwie. Willkommen, Freunde, zur tausendsten Folge von Emily Wants2Play. Wir spielen heute mal wieder eine schnieke Runde. Ich drücke mal auf Continue. Stoß wieder. Ah! 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 Scheiße! Verdammt nochmal! bitte angucken nein so eine scheiße nein jetzt kann ich das doch nochmal machen scheiße drei wöchen später und da ist er in der dritten runde und da kommt die vierte runter und er überholt den topläufer ja gewonnen komm uhr schlag Jaaa! Jaa! Mach ich einfach da! Mann! Mach ich einfach da! Mann, wo war die denn? Verdammte Scheiße! Ich bleibe jetzt in der Küche drin, ganz ehrlich. Mann, wo war die denn? Verdammte Scheiße! Ah! Boah! So eine verdammte Kacke! Ich schaffe das nicht! Fuck! Komm, machen wir noch eine Runde. Ich gebe mir, ohne Scheiß, ich gebe mir die größte Mühe, aber ich komme momentan nicht mehr weiter. Ich werde so viele Folgen machen, bis ich, bis ich, bis ich, bis ich sprechen kann. Bis ich das irgendwann dann schaffe. Eine Stunde später. Ah! Alter! Wie kann der? Mehr anmachen? Ah! Ah! What the fuck! Ja, ist ja gut! Alles gut! Alter! Ich glaube, ich durfte das Licht nicht anmachen. Nein! Ah! Hallo! Oh! 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 Alles gut! Jawohl! Das ist gut! So muss Horrorstimmung heutzutage sein! So muss Horrorstimmung heutzutage sein! Ein bisschen klassische Musik hier! Ah! Guck mal, da ist sie doch! Hallo! Hallo! Hey! Hör mal! Mann! Am selben Ort nochmal! Wie dumm muss man denn sein? Oh! Ah! Ja, wir haben es geschafft! Nein!